Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth im Afterbirth DLC. Geht gut los und wir spielen heute mit Lazarus. Wir versuchen nochmal einen Satan Run, weil er uns bei Lazarus und Magdalena fehlt. Infested, okay. Keine schlechte erste Pille. Hoffentlich haben wir heute nicht so viel Pech bezüglich Stats werden geschaffelt und wir kriegen einfach nur noch die grob schlechtesten Tränen, die wir kriegen hätten können. Weil das hier ist jetzt schon viel, viel angenehmer als gestern in Ebene 5 oder wo wir waren. So, ein Schlüssel direkt. Sehr schön. Sehr viele große Räume stelle ich fest. So, einfach mal genug wegbleiben, dann tun die einem auch nichts. Das hat nicht wieder am Stein vorbei, aber das hat nicht so ganz geklappt. Okay, die zwei noch. Und dann oben nochmal so eine Viere-Sparte. Okay, eine Münze in der Mitte. Ganz große Klasse. Ne, da unten ist der Boss, da will ich ganz sicher noch nicht hin. Und ansonsten... Ich hab auch keinen X-Drop gesehen. Wir gehen einfach mal hier hoch, clean den Room noch. Ja, ja toll, mich halt! Mein Gott! Kackfliege! Mann, das war wieder voll umsonst. Auch kein Item-Room. Und mit einer Münze brauchen wir nicht in den Shop gehen. Oh, Mann! Konzentration! Hallo! Vielen Dank für das Herzchen. Und wir kriegen... 20-20-Double-Shots! Sehr geil! Wir schießen beide Tränen gleichzeitig. Das ist gut. Jetzt darf... Darf ich nur beim Boss nicht sterben? Das wäre halt extrem ärgerlich. Wenn wir schon mal ein gutes Item zum Start kriegen, jetzt noch ein bisschen Damage abzwerfen. Little Horn! Okay. Lass mal das Feuer hier aus, weil das... Könnte mich noch ziemlich natzen. Man macht halt doppelt Schaden direkt. Das merkst du halt wirklich. Nein! Oh, Mann! Das kann ich jetzt leider nicht wirklich ausweiten. Okay. All das jetzt kriegen wir wieder. Range Up kriegen wir auch noch. Und dann haben wir in der Ebene eh nichts mehr verloren. Und wir gehen weiter. Okay. Gut. Nein. Spinner, 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 Spinner. So. Und was kriegen wir? BBF. Big Beautiful Fly. Sehr schön. Und da ist ein X-Shock, an den wir nicht mal rankommen. Mhm. Also, boom. Ach. Einmal pro Raum kriegen wir die, oder? Ja. Ah, ist sogar noch eine Zeit wieder. Okay. Ich muss da kurz husten müssen. Und es geht weiter. Direkt in den Bossraum? Oder gehen wir nochmal... Wir gehen nochmal dahinter. Vielleicht kriegen wir ja doch langsam mal die ein oder andere Bombe. Dass wir wenigstens den Secret Room so aufsprengen könnten, wenn wir denn wüssten, wo er wäre. Das ist doch auch eine schöne Sache. Wir gehen einfach direkt weiter zum Boss. Jetzt machen wir den Gar aus. In Klammern hoffentlich. Und... Und... Ja. Monstro. Man, immer die zwei selben ersten Boss-Sales. Und ich lasse ihn ins Treffen. Das war sehr dämlich. Da komm schon. Treff ihn, treff ihn, treff ihn. Mann. Jetzt. Perfekt. Wunderbar. Vielen Dank. Ein paar Herzen wären nicht schlecht. Warum ist Coin Purse? Was ist... Was ist das? All right. Nicht so gut. I can see forever. Das können wir auf jeden Fall mal... Oh. Okay. Der zweite Schalter ist also immer böse. Was haben wir hier? Wow. Wow. Okay. Was ein krasser Super Secret Room. Krass. Und die setzen wir einfach rein, damit sie weg ist. Und die nehmen wir mit. Ein Herz ist halt echt wenig. Ein Herz ist viel zu wenig. Ich weiß, wir haben mit Latrus ein zweites Leben, in dem wir auch mehr Damage kriegen. Aber ich glaube, nur noch ein Herz. Das will ich mir aufsparen, wenn es wirklich nötig wird. So, dann haben wir noch zwei Spinnenspawner auf Beinen. Okay. Oh, nochmal bis jetzt. Sehr schön. Vielen Dank. Dann geht es jetzt wohl in diesen großen Raum. Oh Gott. Jetzt habe ich ehrlich nicht gewusst, in welche Richtung ich ausweichen sollte. Und ich wäre überhaupt nicht ausgewichen. Wäre wirklich bis ganz nach oben gekommen. Das war jetzt sehr, 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 sehr glücklich. Okay. Eine Bombe. Ja, Wahnsinn. Und wir gehen hier nach unten. Das war eine sehr gute Entscheidung. Wir kriegen einen Schlüssel. Wir kommen hier rein und kriegen die Smart Fly. Revenge Fly. Die fliegt um uns rum und, glaube ich, greift an, sobald wir Schaden genommen haben. Okay. Und ein Säckchen mit zwei Bomben. Das ist sehr, sehr schön. Ich meine mich zu Ende, dass wir gerade eben schon irgendwo einen X-Rock gesehen hatten. Oder... 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 Auch... Doch. Genau. Die nehme ich doch sehr gerne mit. Ganz klar. Und dann geht es auch schon in Richtung des nächsten Raums. In Richtung Boss. Weil alles andere haben wir schon abgegrast. Noch eine Münze. Oh Gott. Oh, nein, 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 nein. Okay. Mach halt Boom. Genau. Danke. Okay. Ja, und das war Kollateralschaden. Alles klar. Sehr gut. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Shit. Was ist das denn? Meine intensiver... Speed Up ist... Nehme ich gerne. Auf jeden Fall. Was sind eigentlich diese schwarzen Verkaufen? Da wird es einmal dunkel, oder? Ah, okay. Und alle Gegner sind einmal verwirrt, weil es dunkel geworden ist. Alles klar. Das kann man... Ich habe original die Fliege nicht gesehen. Shit. Okay, das kann man also zu seinem Vorteil nutzen. Alles klar. Gut, dann, ähm... Werfen wir doch die Pille noch ein. Nehmen uns den hier mit. Nehmen wir hin, ein schwarzes Herz. Und nehmen uns den hier oben mit. Oder auch nicht. Dann nehmen wir hier unten. Ne, hier unten. Okay. Gut. Anschlüssel und eine Bombe. Immerhin. Haben wir ja... Nichts verloren. Eher nur gewonnen. Sehr schön. So. Jetzt bin ich gespannt, welcher Boss auf uns wartet. Das ist gar die Junior. Ja, perfekt. Unser... Unser... Unser Big... Beautiful Fly... Befriended? Keine Ahnung. Unsere Fliege hat ihn wunderbar instant getroffen. Das ist sehr, sehr schön. Sauber Damage gemacht. Und gleich nochmal. Spawn und Instant Toad. Sehr schön. Und wir kriegen Speed and Damage. Jabi, ja. Und hier kriegen wir... Das Infested Baby. Das Trotten Baby, sorry. Nehme ich auf jeden Fall mit, weil das mega geil ist. Weil es immer eine blaue Fliege spawnt. Und die macht halt... Gut Schaden. Wie mittlerweile auch. Aber wir haben halt nur noch zwei Herz-Container. Das ist halt... Äh... Ein bisschen ein Nachteil, aber... Das kriegen wir schon hin. Wir haben ein Arcade-Root. Wow. Jetzt haben wir auch entsprechende Speed, um gut ausweichen zu können. Aber wir sind nicht zu schnell, dass ich es nicht mehr kontrollieren könnte. So. Death. Death ist gut. In einem großen Raum können wir da einmal alle Gegner wegsnacken. Wo? Hm. Ja, läuft. Wegen sechs Fledermäusen. Ganz ehrlich. Ey. Nicht so aggressiv. Bööö. Okay. Okay, wir haben noch mal ein paar... ...kacki Häufchen. Real of Fortune. Werden wir ganz sicher nicht brauchen, aber... ...kann ich einmal einsetzen. ...für den Fall, dass wir uns ein paar Herzen gambeln müssen. Sonst läuft hier alles rum. Nichts großartiges. Da lohnt sich Death ja noch gar nicht. Na. 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 Jetzt aber. Okay Eine weitere Bombe Nehmen wir sehr gerne mit Jetzt hätte ich aber doch langsam, aber sicher gerne Mit dem Itemloom Und gewusst, was da so auf uns wartet Immer noch nicht Immer noch nicht Okay, das ist auf jeden Fall der Weg zum Boss Ist auch schön zu wissen Schlüssel nehmen wir natürlich mit Da muss der Itemloom Logischerweise hier unten sein Noch einen links und runter Oh Gott Ah, wir sind bedeutend schneller als die Kollegen Sehr schön Äh, da könnte man rüber, ja Theoretisch Ach, ne Lass mal No Spinni Du auch Und so viele andere Spinnen spawnen, ist uncool Wie viele halt Kannst du mal sterben, bitte? Dankeschön So Und wir kriegen noch eine Fliege Und wir sind der Lord of the Flies Das ist mega geil Das ist sehr, 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 sehr gut Ich kenne die lila Fliege nicht Aber, was ich weiß Aber, was ich weiß, ist, dass uns jede Fliege, die uns jetzt begegnet, befreundet ist Das ist, das ist, und wir können fliegen Und wir können fliegen Und wir können fliegen Und noch der Goat Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall einen Satan-Raum Jetzt brauchen wir nur noch Leben Das ist Das ist cool Und jetzt den Schlüssel noch mit Sonst liegt hier nicht so viel rum Ersten können wir nicht wirklich gebrauchen Okay Die könnten wir uns nur noch mitnehmen Aber Die haben ja kein Item The Frail Den haben wir noch nie gekämpft Aber das ist eine schnelle Version von Pint Tatsächlich nichts allzu dramatisches Oh Okay Das Pentagramm Damage up Sehr schön Und noch Campus Nein, 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 du Penner Okay Head of Campus Ja Lass ich mir auch eingehen Gut, dann gehen wir nach unten Wir haben nur zwei Herzen Aber das ist okay Das ist okay Wir haben sehr coole Items Und wir können fliegen Und fliegen sind unsere Freunde Also alles Alles halb so schlimm tatsächlich Wir machen nicht wenig Damage Das ist echt Nicht schlecht so weit Wir dürfen nur keine dummen Tore Oder keinen dummen Schaden jetzt kriegen Das wäre so Mega unnötig Und noch das Robo Baby Und noch das Robo Baby Franz Tilde Genau Wunderbar Und Campus Hätte man zur Not auch noch Das ging schnell Oh Okay Ein paar Münzen haben wir hier noch Ein paar Bomben haben wir hier noch So Die Münze können wir mitnehmen Die Bombe können wir auch mitnehmen Den Rest lassen wir einfach erstmal liegen Weil wir ihn nicht mitnehmen können Das war ja ziemlich fail Mach auf Okay 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 Eine Bombe mehr Und wir gehen in den nächsten Raum Kleine Mr. Mouse So Machen wir auf Nummer sicher Und Die snacken wir auch wunderbar weg Und da können wir einmal den hier machen Oh Gott Das war Das war nicht so schlau Glücklicherweise haben wir genügend Ähm Herzen Auf der Ebene rumliegen Jetzt müssen wir mal komplett nach unten gehen Weil hier noch ein Spinn-Spawner übrigens Die habe ich im Umfeld nicht gesehen Aber es geht weiter Und hier ist auch schon der Boss Okay Wir haben in sich alles Aber ich würde auf jeden Fall gerne noch mindestens ein Herz mitnehmen Und Die Batterie werden wir schon haben Und Hier ist unser Herz Sehr schön Dann gehen wir hier noch nach rechts Weil wir es können Genau Das meine ich Die Dinger Spawnfliegen Spawn Und die Fliege gehört sofort uns Das ist so extrem geil I'm Lord of the Flies Ganze Räume können wir da doch instant clearen Einfach aus dem Grund Weil Der Raum dann nur voller Fliegen zum Beispiel ist Und alle Fliegen uns gehören Und dann ist der Raum gecleaned Das ist wirklich wirklich mega nice So Hier unten nochmal für den Shop Da können wir auch auf jeden Fall reinschauen Und uns zum Beispiel Sowas holen Und weil ich keine Ahnung habe Was es ist Second More sex Ah Wir kriegen mehr von diesen Säcken Wo zwei Items Wo zwei Items drin sind Das ist doch geil Und wir sehen Mega fancy aus Und können die restlichen Art Münzen hier reinstecken Wunderbar Je mehr Münzen da drin sind Desto zufriedener werde ich werden So Jetzt geht's zum Boss Ich bin überzeugt Dass wir den auf jeden Fall noch besiegen werden Loki Ja Loki Ist ja eigentlich Tatsächlich nicht so das Problem Ist dieses blöde Stapelding da Okay das war Loki Wir kriegen HP ab Vielleicht können wir das auf uns Und wieder ausgeben Oh das wird riskant Aber ich nehme ihn The Pact Damage Und hier ist ab Und wir kriegen die zwei Soulhards wieder Deswegen ist das Vorerst kein Keine Verspendung von Herzen gewesen Weil wir die zwei Die er kostet ja instant Als Seelenherzen wieder kriegen Aber Damage technisch Sieht das jetzt echt nicht schlecht aus So Alter Ja Okay Ich gucke der auch noch Vielen herzlichen Dank Vor allem der Tearsup Vom Pack war halt Mega mega gut Wir sind schnell Wir sind nicht zu langsam Das ist Der Ron könnte Ich sag's mal vorsichtig Eigentlich soll man sowas niemals sagen Und ich tue es trotzdem immer wieder Der Ron könnte was werden Rangetown Haha Instant Karma Okay Ähm Gut Es geht weiter Die holen wir uns Und die Infamy Noch auf jeden Fall Sehr gut Das heißt wir werden Zufällig Schaden Aus der Richtung ab Kann ja eigentlich Oh Shit das war jetzt Auszusehen Ja besser kann Also Besser kann's auf jeden Fall noch werden Aber Schlecht ist der Ron Bis jetzt auf jeden Fall nicht Und ich sage bewusst Bis jetzt Na komm mein süßer Komm her Lass dich doch töten Alter Komm schon Okay noch ein Schlüssel Wir kriegen noch ein Herzchen Das wir noch nicht brauchen Und ich Verkürze das ganze mal Weil ich die Dinge mit ihren Random Attacks Nicht so Prickeln kann Ja Haben noch Auf den Zeug gekriegt Wunderbar Noch ein Schlüssel Und den setzen wir hier gleich ein Und kriegen das Faded Polaroid Warum nicht Und nochmal All Stats Ab Ganz klar Haben wir wieder ein Herzchen mehr Und noch ein bisschen mehr Damage Und noch ein bisschen mehr Speed Und Geil Und noch Bob's Rotten Hat Können wir mal einmal einsetzen Aber ich bleib beim Head of Campus Das andere Item Wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen Aber ich wollte primär das Herz auf jeden Fall haben Okay Wir haben den Item Room Den Shop Brauchen wir noch nicht unbedingt aufsuchen Oder? Doch wir kriegen ab der nächsten Ebene Keine Shops mehr Und ich sehe gerade Wie haben wir 50 Sekunden Den Boss Rush verpasst Oh Mann Okay Ärgerlich Weil das wäre glaube ich Echt gut gegangen Obwohl wir ein bisschen wenig Herzen haben Alter Wirklich Was will ich denn mit drei Batterien Hier ist auf jeden Fall der Shop Dann zahlen wir unsere Münzen nochmal ein Ja komm Okay Ja was will ich mit drei Batterien Okay Ähm Dann geht's Hier hoch Hier rüber Darüber Und hier Zum Arm War schon mal nicht schlecht Und das war Ein sehr kurzer Mom Fight Wir kriegen das Negative Gehen in den Satan Raum Und Wo ist die Robe? Es sind halt drei schwarze Herzen Aber wir geben Nein ich glaube nicht Oder? Nee 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 Komm Komm wir springen runter Wir haben eh schon viel zu wenig Herzen Okay Routerro 1 Wir suchen jetzt nur noch Den Boss Alles andere ist uns nicht so wichtig Okay Schlüssel Können wir ja tatsächlich noch gebrauchen Eventuell Perfekt Wir sind auf jeden Fall Nichts mit dem richtigen Weg gegangen Das ist selten Wir kriegen noch eine Pille Tears down Okay Nicht so schlimm Wir gehen Death Oh Gott In so einem kleinen Raum Oh Das geht schnell Ich habe nicht gesehen Was gejobbt wurde Aber höchstwahrscheinlich Ein Meat Cube of Meat Äh Shit Ähm Okay Ähm Nein Nein wir holen uns nichts Ähm Okay Wir sind gut gewappnet Es geht weiter Das war jetzt doch sehr sehr schnell Aber auch wenn das schnell war Heißt das noch lange nicht Dass wir so ohne weiteres Saturn besiegen Das dürfen wir Wir dürfen uns jetzt nicht überschätzen Auf jeden Fall nehmen wir uns die Bombe mit Wir dürfen die Hirne Und komische Tumore Keine Ahnung Noch ein Herz mehr Das ist sehr schön Und noch ein Säckchen mit drei Bomben insgesamt So Von den Items her sind das doch die Runs Die ich so gerne mag Ähm Okay Eine Pille Infested Na aber gerne doch Ähm Ja Danke Wo ist der Boss Wo ist der Bossraum Hier auf jeden Fall nicht Aber wir kriegen noch ein Säckchen mit Eine Bombe Noch eine Bombe Noch eine Bombe Und eine Batterie Hier ist der Bossraum Sehr schön Okay Dann geht's Zum Mums Hals Oder besser gesagt Zu Utleaves Okay Das war jetzt nicht so geil Er darfst mich gar nicht sehen Okay Was ist das rechts Ähm Ich weiß nicht wo wir jetzt hingehen Aber wir tun's einfach mal Ähm Wo sind wir jetzt gerade hingegangen Weil wir bin in 25 Minuten das Herz besiegt haben Jede Tür Hier oben Ist ein Bossraum Emergency Contact Was? Ähm Was? Was? Two Of Dinos Dark Bomb Lost Protector Hilfe? was geht denn hier jetzt eigentlich ab da ist was unsichtbares oder richtig gesehen oder gespürt weiß es nicht aber auf jeden fall das etwas zeigen damit ist sehr viel damage ich weiß nicht ob das nur die erste phase ist also es könnte sein dass es jetzt noch weitergeht ja habe ich mir schon gedacht alter was ist das denn das ist definitiv ein tumor alter fliege kannst du das ding mal treffen das wäre sie lieb von dir es bewegt sich ist bewegt sich auf jeden fall die fliegen dürften uns doch eigentlich gar nichts können das ist nicht so gut das ist gar nicht so gut oh mein gott und sie möchten sie kontakt ja ja wuuh Alter, weil wir was? Nein! Jetzt mal mit einem Herz nochmal. Ja, 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 ist ja gut. Oh mein Gott. Nein, der Angriff ist so mega widerlich. Das ist das. Nein! Alter, was ist das denn? Krass, krass. Das war wohl die neue Bossebene, die beim DLC dabei war. Krass. Okay, gut, haben wir was Neues gesehen. Hatten so gute Ausrüstung, haben nichts erreicht damit. Alter, what the fuck? Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt, es gibt jetzt Hasch. Und wir haben ihn wirklich fast besiegt. Da hat nicht viel gefehlt. Nicht schlecht, aber das war ein Bossekampf nach meinem Geschmack. Das hat richtig Spaß gemacht, den zu bekämpfen. Aber leider. Leider, leider hat es nicht gereicht. Ich wünsche euch trotzdem einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin, euer Matze. Macht's gut, Freunde. Ciao.